In diesem Video stellen wir die Funktionen von Nebensätzen vor. Zunächst einmal, was genau wird als Nebensatz bezeichnet? Nebensätze sind Teile eines Satzes, die einem anderen Teilsatz untergeordnet sind. Man erkennt sie daran, dass sie nicht alleine stehen können. Anna isst einen Apfel, weil sie Hunger hat. Nebensätze können entweder die Funktion eines Gliedsatzes oder eines Gliedteilsatzes übernehmen. Gliedsätze sind durch Einwortphrasen ersetzbar. An ihnen können wir dann relativ einfach die Funktion ablesen. Wir unterscheiden folgende Arten von Gliedsätzen. Objektsätze Zum Beispiel Er ist sich bewusst, dass er mehr Sport treiben sollte. Der Nebensatz übernimmt die Funktion eines Objekts. Der Nebensatz lässt sich durch ein Wort ersetzen. Die Art kann durch die entsprechenden Fragewörter sowie den Kasus erfragt werden. Subjektsatz Zum Beispiel Wer sich gesund ernährt, tut seinem Körper etwas Gutes. Auch hier lässt sich der Nebensatz wieder durch eine Einwortphrase austauschen. Er übernimmt die Funktion des Subjekts. Dies kann über die entsprechenden Fragewörter, wer oder was, sowie den Kasus überprüft werden. Adverbialsätze Weil sie Hunger hat, isst sie eine Scheibe Brot. Auch hier lässt sich der Nebensatz austauschen und daran sehen wir, dass er ein Adverbial ist. Adverbiale geben die näheren Umstände der übergeordneten Handlung oder des Ereignisses an. Man kann sie auf dieselbe Art erfragen wie die Adverbiale selbst. Gliedteilsätze werden auch als Attributsätze bezeichnet. Zu ihnen zählen Relativsätze Sie sind gekennzeichnet durch ein Relativpronomen oder ein Relativadverb. Das Relativpronomen bezieht sich auf ein Nomen im übergeordneten Teilsatz und stimmt mit diesem in Kasus, Numerus und Genus überein. Das Relativadverb bezieht sich meist auf eine Präposition im übergeordneten Teilsatz. Er kauft das Haus, das am günstigsten ist. Das Kind sucht die Stelle, wo es seinen Teddybär verloren hat. Partizipial- oder Infinitivkonstruktionen Der Gliedteilsatz bezieht sich auf das Subjekt im übergeordneten Teilsatz. Dies wird dann nicht noch einmal genannt. Durch das Partizip 1 wird Gleichzeitigkeit, durch das Partizip 2 Vorzeitigkeit ausgedrückt. Der Mann stand, eine Zigarette rauchend, vor der Tür. Die Haare frisiert, ging sie zur Party. Infinitivkonstruktionen spezifizieren zumeist die Handlung des Subjekts im übergeordneten Teilsatz näher. Das Mädchen liebt es, Sandbogen zu bauen. Das Mädchen liebt es, Sandbogen zu bauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017